Hallihallo! Wer seid ihr, wo kommt ihr her? Mein Name ist Anastasia, ich bin 14 Jahre alt und ich komme aus Berlin. Hallo, ich bin Daniel, ich bin 15 Jahre alt und komme auch aus Berlin. Super! Was führt ihr jetzt vor? Wir werden tanzen. Wow, the stage is yours! Bravo! Aber geil, dass sie eine Handtasche zum Tanzen dabei hat. Das gehört dazu. Maske auch. Die Schutzverordnung will es so und da machen wir gerne mit. Ladies and Gentlemen, we've got a special treat to you today. I'm gonna call my friend Ali up here and sing to you ladies. Ali! Let's go man. Name ist Ani, nice to meet you. Can I tell you baby? Look around there's a whole lot of pretty ladies. But not like who you shot so right. Yeah. I was wondering if I could spend a minute on the floor up close getting lost in it. I won't give up without a fight. Let's go. 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 Anastasia und Daniel, das war wirklich mega. Und ich meine, ihr kamt hier rein und dachtest schon, dass ihr profihaft sein könntet und dann ging das ja hier richtig wirklich ab. Also wie oft übt ihr denn? Wir trainieren sechsmal die Woche. Wow. Das ist jeden Tag, der Sonntag nicht. Da war so viel Energie auf der Bühne, das war so viel Lebenslust und das war so toll choreografiert und das war null langweilig. Danke. Also mir hat wirklich, wirklich, wirklich gut gefallen, aber mich würde mal interessieren, was Chantal sagt, denn Chantal ist ja auch ausgebildete Tänzerin. Ja, ihr seid ja so ein tolles Tanzpaar, das hat mir so unfassbar gefallen. Ich muss auch sagen, ich finde für jeden Tänzer, das ist so schön zu sehen, wenn man das so liebt, auf einer Bühne zu stehen und diese Leidenschaft für den Tanz habt. Was ist denn euer Träum? Also in naher Zukunft wollen wir gerne Deutscher Meister sein und auch ziemlich erfolgreich auf der Weltmeisterschaft. Ich bin mir sicher, das kriegt ihr schon hin und ich finde es eigentlich eine Ehre, dass euer Auftritt hier auf unserer Supertalentbühne ist. Danke dafür. Danke. Wahnsinn, ihr seid übers Parkett geflogen. Also ich hatte sehr viel Spaß euch zuzuschauen, ihr habt unfassbar viel Energie und ich freue mich, wenn wir uns irgendwo wiedersehen, vielleicht hier oder bei der Weltmeisterschaft. Ganz egal, aber vielleicht auch beim Supertalent. Ihr seid ein mega Vorbild, tanzen gerade für Jungs, ja, wird immer mal belächelt und gilt als uncool. Ihr seid das beste Beispiel dafür, dass es einfach mega cool ist. Es ist cool. Ja, großen Respekt. Was sagt ihr? Ich würde sie gerne noch mal tanzen. Ein Ja. Chantal. Natürlich, ein Ja. Andrea. Traut euch, moderne Musik zu verwenden und dann seid ihr noch viel cooler. Mein Ja. Das sind drei Jahre von meinen Kollegen und natürlich das vierte Jahr von mir. Bravo. Und ich bin schon ganz aufgeregt zu sehen, was ihr als nächstes vorhabt. Bravo. Bravo. Da gut. Ja. Raute jetzt. Ja. Ja. Du benutzt bist nicht Cur desired. Wir murderer. три。 Das war Kontakte.